Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video und der ersten Limited Edition aus 2023. Ich habe bestellt und es ist alles angekommen. Essence hat die Hux & Teddys LE rausgebracht und wir werden heute schauen, welche Produkte sich aus der LE lohnen und sind das vielleicht schon die ersten Produkte, die wir Ende des Jahres in unsere Jahresfavoriten der Limited Editions packen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr heute wieder mit eingeschaltet habt. Heute bin ich richtig, richtig gut drauf. Wir haben einige Produkte, die wir gemeinsam testen wollen und ein Produkt, was ich nicht verstehe, aber weil ich es noch nie gesehen habe, für mich selber, ihr werdet es vielleicht schon mal gesehen haben oder vielleicht auch schon getestet haben, ich will aber gar keinen Zeit verlieren, wir hüpfen direkt ins Video. Zuallererst hoffe ich, dass es euch gut geht und ihr einen wunderschönen Tag habt oder hattet und falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen aufweitern kann. Ich teste für euch Limited Editions, damit ihr wirklich nur die Produkte kauft, die euch gefallen. Ihr seht hier Swatches, ihr seht hier die Produkte. Ich habe mir fest vorgenommen, dieses Jahr auch mehr auf die Preise zu achten und die Preise hinzuschreiben. Essence ist aber tatsache sehr, sehr günstig. Einige Produkte sind ein bisschen teurer geworden. Das hat mir jemand geschrieben bei Instagram, als ich meine liebsten Foundations aus der Drogerie gezeigt habe, für drei Stück, dass alle teurer geworden sind. Offensichtlich warum? Wir starten aber und zwar mit dem ersten Produkt, was ich noch nie selbst gekauft habe. Ich habe es immer ausgelassen, aber ich dachte mir diesmal, komm, probierst du es einmal aus. Und zwar sind das Nagelsticker. Es gab passend dazu auch, glaube ich, einen Nagellack. Den habe ich nicht gekauft, weil das wirklich ein Produkt ist, was ich nicht benutze. Das sind Nagelsticker mit wirklich süßen Motiven. Wir haben kleine Bären, Bärentatzen, Herzen, einen Brief. The Snuggle is real, very cute. Das Ganze habe ich aber nur gekauft, weil ich wissen wollte, wie es funktioniert, dass das riecht. Also das sind beduftete Nagelsticker. Und jetzt müsst ihr mir kurz helfen, weil ich das wirklich nicht verstehe. Die klebt man ja dann auf den Nagel. Kleben die so oder muss man dann noch eine Schicht drüber machen, weil dann ist der Duft ja weg, oder? Wir probieren es aus. Doch, hier steht, man soll was drüber machen. Also Packaging ist wirklich süß. Ich rieche nichts. Nein, ich habe den Bären kaputt gemacht. Okay, ich habe mir jetzt mal diese kleine Herze, die hier raufgeklebt. Riecht nach Mango, weil ich gerade gefrühstückt habe. Also ja, da musst du aber schon wirklich eine tiefe Nase nehmen, dass du das riechst. Wiss ich jetzt nicht. Also süß, wer Nagelsticker mag, bestimmt mit Sicherheit eine gute Sache, wenn man dann da auch noch einen Code drüber macht. Mit dem Duft verstehe ich nicht. Vielleicht habt ihr da mehr Erfahrung mit, dann schreibt mir gerne euren Erfahrungsschatz in die Kommentare. Das hilft nicht nur mir, sondern auch anderen Mäusen hier aus der Community. Freunde, meine Base ist schon drauf. Wir haben eine Facepalette, wir haben aber auch Pinsel. Ich habe die, warum auch immer, zweimal gekauft. Deswegen packe ich ein Paket für euch in die Verlosung. Das ist ein Super Soft and Berry Cute Pinsel Set. Super weiches Pinselduo mit flauschigen, veganen Härchen. Ein präziser Gesichtspinsel trifft auf einen Lidschatten-Shader-Pinsel mit Soft-Touch-Griffen und um jeden Bärig... Oh, hier ist ein Schreibfehler drin. Hier fehlt ein Teil des Satzes. Lidschatten-Shader-Pinsel mit Soft-Touch-Griffen um jeden Bärig-Süßen. Packaging, mehr steht nicht und wenn ich bei Englisch lese, um jeden Bärig-Süßen-Look zu komplementieren. Also hier fehlt tatsächlich ein Wort. Das kann aber mal passieren. Packaging ist auch hier wieder süß mit den Bärchen da oben drauf. Ich muss sagen, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von den Essence-Pinseln. Die sind für den Preis wirklich gut. Und ja, man merkt noch, die haben diese gummierte Soft-Touch-Haptik. Die ist auch sehr, sehr gut. Ich finde, das liegt immer schön in den Händen. Wir haben zwei Pinsel. Einmal einen Lidschatten-Pinsel. Der ist wirklich, wirklich gut, um Pigment punktuell aufzutragen oder vor allem am unteren Wimperkranz zu arbeiten. Und einen großen Pinsel. Sehr weich, weiße Haare, synthetisch, also keine natürlichen Haare. Und passend dazu gibt es auch eine Palette. Das ist die Eye & Face Palette Hux & Teddys. Die sieht einmal so aus. Auch hier, ja, ich würde sagen, so eine Misch-Palettengröße. Passt gut in die Hand. Ich mag die Farbe sehr, sehr gerne. Dieses Alt-Rosé und dieses Rosé-Goldene Metallic Finish da drauf. Hux & Teddys. Packaging sehr, sehr süß. Packaging kann Essence auf jeden Fall. Das ist die Warm Hux Make Your Face Glow Palette. Hochpigmentierte Augen- und Gesichtspalette. Mach es dir gemütlich mit weichen, matten und cremigen Metallic-Tönen. Fühle dich im Arm vom samtigen Rouge und Highlight-Text schon für einen strahlenden Tag. Auch die Texte, ne? Ich würde gerne wissen, wer diese Texte schreibt. Und wenn du es siehst, du machst es sehr, sehr gut. Okay, wir haben sechs Lidschatten und zwei Face-Produkte. Und wir starten auch direkt mit den Face-Produkten. Dafür nehme ich den Pinsel und gehe hier in den Blush. Der hat so einen leichten Schimmer mit drin. Das ist ein bisschen schwierig mit diesen länglichen Fändchen. Es funktioniert aber. Und den arbeite ich mir. Riecht nicht. Der Pinsel auch nicht. Und den arbeite ich mir hier, schau mal rein. Und der hat auf jeden Fall ein schimmeriges Finish mit dabei. Ich mag das sehr gerne. Also diese schimmernden Blushes finde ich total schmeichelnd auf der Haut. Das sieht gerade jetzt in dieser düsteren Jahreszeit immer schön aus. Die Farbabgabe ist da. Und der... Also ich würde sagen, Schimmer und Farbabgabe sind gleich. Oft ist es so, dass du nur einen leichten Schimmer hast oder ganz viel Schimmer, aber dafür wenig Farbe. Und je nachdem, wie du dich ins Licht drehst, hast du hier definitiv ein sehr, sehr schönes Finish. Farbe mag ich gerne. Beim Highlighter bin ich ein bisschen skeptisch. Ich swatch ihn erst mal. Der sieht sehr, sehr dunkel aus. Ja, der ist für meine Haut, glaube ich, zu dunkel. Wenn ihr dunkler seid, dann ist das eine schöne Farbe. Wir haben dafür aber noch diesen Ton hier. Diesen Highlighter-Ton. Das watchen euch mal daneben. Ja, der ist definitiv besser. Deswegen benutzen wir den. Dafür gehe ich einfach mit einem flachen Pinsel hier rein. Und mische vielleicht so ein bisschen von dem dunkleren rein. Arbeite mir das in der Hand gut ein. Und packe das dann hier einfach nochmal rüber. Wobei ich glaube, dass man das gar nicht gebraucht hätte. Ich hätte hier einen Bronzer sehr schön gefunden drin. Es hätte vielleicht auch so zum Teddy gepasst. Weil ein Highlighter, dieser Blush ist schon so schimmrig, dass ich da definitiv keinen Highlighter gebraucht hätte. Wenn ihr dunkler seid, habt ihr damit jetzt aber noch eine schöne Palette für unterwegs. Ich muss auch sagen, die Farbstory gefällt mir hier unwahrscheinlich gut. So ein bisschen rosige Töne, ein bisschen was Älteres. Also nicht alt, sondern so Alt-Rosé, Alt-Braun. Ich swatch ihn mal ganz kurz. Also der Schimmerton ist phänomenal. Den anderen seht ihr jetzt nicht so gut, weil es einfach meiner Hautfarbe sehr nahe kommt. Wir gehen natürlich auch noch in die anderen drei Farben. Dann haben wir hier so einen etwas matteren Ton. Den goldenen, den kennt ihr ja schon. Und den hier auch. Also farbtechnisch sehr, sehr schön. Top. Sehr, sehr gut. Mit einem Blending Brush von mir und Letizia gibt es wieder Tatsache. Und ich glaube, wir gehen erstmal hier in den Ton rein. Das ist so ein schöner Transition Shade Ton. Und den setze ich mir hier einmal hin. Ich schulde euch mal noch ein Stückchen näher. Ich bin ja Tatsache wirklich ein Freund von diesen, ich sage dazu immer romantischen Looks. Also diese Alt-Rosé, diese zarten Farben. Ich finde, das ist für den Alltag immer wunder, wunderschön. Das ist eine schöne Farbe. Hat ein bisschen Kickback. Und ist für so eine zarte Farbe gut pigmentiert. Ich kann mir vorstellen, dass man aus dieser Palette auch drei schöne Looks machen kann. Den Ton und den Ton. Den in die Crease, den aufs Lid. Den in die Crease, den aufs Lid. Den in die Crease und den aufs Lid. Da hast du drei verschiedene Looks in einer Palette. Gefällt mir gut. Wir machen heute aber wirklich mal ein, dass ihr das Ergebnis auch einheitlich bewerten könnt. Farbe ist gut pigmentiert, ist eine schöne Transition Shade und würde mir Tatsache auch schon reichen. Mein großes Ziel ist es ja, vielleicht schaffen wir das dieses Jahr, eine XXXXL Palette zu machen. Also ich depotte alle Limited Editions, die ich habe, die im selben Fändchenverhältnis sind. Und das packe ich dann in eine große Magnetpalette und habe dann eine perfekte Auswahl an Farben. Das ist so ein Make-Up-Artist-Traum. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht habt ihr darauf ja Lust, ich folge einer auf Instagram. Die macht das mit, weiß ich nicht mit welchen Paletten. Ich glaube, die hat das mit Morphe gemacht oder so. Und das sieht so toll aus, wirklich in diesem perfekten Farbverlauf. Vielleicht machen wir das irgendwann mal, wenn ihr darauf Lust habt. Weil ich habe mittlerweile sehr, sehr viele Limited Editions hier. Und irgendwann benutze ich die LEs nicht mehr, weil es die dann natürlich nicht mehr gibt. Aber so kann ich vielleicht nochmal ein bisschen mehr aus den Farben holen. Farbe gefällt mir sehr, sehr gut. Könnte man Tatsache jetzt auch schon eigentlich so lassen. Das machen wir natürlich nicht. Ich gehe jetzt mit dem Hux & Teddys Pinsel in das dunkle Braun hier. Klopfe gut ab. Es sieht sehr pigmentiert aus. Und setze mir das hier in die Lidfalter. Ihr könntet natürlich auch den Blush so ein bisschen zum Ausblenden benutzen. Farbe ist da. Und auch die blende ich mit demselben Pinsel von eben einmal aus. Die blendet sich immer so ein bisschen ins Softere. Deswegen nehme ich jetzt nochmal hier ein bisschen was. Aber bei den dunklen Farben muss man natürlich auch immer so ein bisschen aufbauen. Auch eine schöne Farbe. Ich mag ja dieses Rostige auch gerne. Und jetzt baue ich mir die Farbe einfach auf. Da muss man immer so ein bisschen arbeiten. Aber ich mache es, bin ich ehrlich, ich mache es lieber so, dass ich zwei, dreimal die Farbe auftrage, als einmal Farbe draufsahme und sie dann nicht mehr wegzukriegen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt das Ding, ne? Ja, um nochmal auf BH Cosmetics kurz zu sprechen, zu kommen nach dem Video. Erstmal vielen Dank für eure zahlreichen Kommentare. Das ist halt das, was ich meine. Vielleicht, irgendjemand hat auch geschrieben, naja, wir haben ja jetzt lange nichts Neues mehr von BH gehabt. Und vielleicht sind die anderen Drogeriemarken einfach so gut geworden, dass BH war ja immer vorne mit dabei. Und jetzt ist halt Essence und Catrice sind halt einfach Bomb. Wunder, wunderschöne Farbe. Ich nehme mir einen sauberen, sehr, sehr großen Pinsel und möchte hier noch ein bisschen reingehen in dieses Altrosé und das einfach hier oben ein bisschen rüberdasten. Einfach nur, dass wir alle Farben mal so ein bisschen mit aufs Auge gebracht haben. Und ich finde, das passt dann auch sehr, sehr gut in diesen Altrosé-Look. Und ich muss auch sagen, hätte ich jetzt Teddys gelesen, dachte ich wirklich braun. Aber hier ist wenig braun drin. Also wir haben einen braunen Ton und einen goldenen, schimmernden, bräunlichen Ton. Das hätte auch eine Seashell-Palette sein können. Das finde ich aber gar nicht so schlecht, weil man dann einfach auch mal was anderes hat. Weil ich glaube, braunen haben wir mittlerweile zu Hause. Mittlerweile muss ich mir auch so ein paar Sachen raussuchen, die ich kritisieren kann. Weil irgendwann, also die Qualität ist ja mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo man eigentlich weiß, okay, das ist gut. Vielleicht hätte man noch hier aufs Innenleben der Palette was drucken können. Vielleicht nochmal den Bern oder so. Aber das ist jetzt wirklich auch ein Meckern auf hohem Niveau, ne? Ich nehme mir mal den kleinen Pinsel aus dem Ligisens Maxim Set und gehe in eine ganz, ganz kleine Menge Concealer. Um einfach ein bisschen Kontrast zu haben. Nur ganz leicht. Ich werde jetzt nicht unbedingt die krasseste Cut-Crease haben. Nur für so einen Haub. Nehmen wir jetzt Tatsache, glaube ich... Ne, kommen wir in den Pinsel. Gehe jetzt erstmal hier mit dem LM3 in den goldenen, dunklen Schimmerton und presse den hier außen hin an den Übergang. Das ist vielleicht eher eine Farbe, die ich mit dem Finger auftragen würde. Rosé-Golden hier vorne. Und platziere den. Ja, also würde ich mit dem Finger auftragen. Ich glaube, dann kriegt man einfach noch ein bisschen mehr Effekt raus. Yes. Den mittleren, goldenen, um die Crease zu verstärken. Ist ein süßer, aber einfacher Look, oder? Okay, Ligiatten Palette kann ich definitiv nichts Schlechtes zu sagen. Schöner Look. Ich mag die Farben sehr gerne. Hat gut performt. Next. Wir haben nämlich noch was anderes. Halt. Nein. Nein, 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 nein. Das vergesse ich diesmal nicht. Ich habe mir die Sky High Mascara in Braun gekauft. Ich habe sie noch nicht getestet. Deswegen probieren wir sie jetzt einmal aus. Sky High Mascara von Maybelline. Kennt ihr? Lieben wir. Jetzt gibt es die endlich in Braun. Und die erste Vorhersage, dass braune Mascara im Trend kommen wird. Here we go. Ist leider auch nicht so ein Braun, wie ich es mir gewünscht habe. Aber sie macht halt krasse Lashes, ne? Wir haben was für die Lippen. Und da bin ich sehr gespannt. Denn wir haben einen Lip Liner und einen Lip Gloss. Kommt in der Farbe So Berry Soft. Das ist ein softer Lip Liner für präzises Konturieren der Lippen. Ist auch zum Rausdrehen, also nicht zum Anspitzen. Ich habe nämlich meinen Anspitzer verloren. Let's go. Riecht nach nichts. Ich trage ihn mir immer auf die komplette Lippe auf. Ist ein sehr matter, brauner Look. Für mich hätte er ein bisschen dunkler sein können. Ich weiß aber, dass viele diese Farbe gerne mögen. Wir haben aber noch einen Lip Gloss. Und da muss ich mal eine Lanze für Essence brechen. Ich liebe das neue Lip Gloss Packaging. Das war ja auch schon in der Beauty Bands LE mit drin. Ich finde, das ist so hochwertig. Das ist dasselbe Packaging wie Huda Beauty. Und das bei Essence, ne? Das ist ein Plumping Lip Gloss in Braun. Und das ist eine Farbe, die ich sehr, sehr schön finde. Geht da auch schon die zweite Vorhersage auf. Mit braunen Lippen. Riecht nach Menthol. Riecht nach diesen Plumping Lip Glossen. Wir geben den jetzt einfach mal rüber. Extrem viel Farbabgabe. Schaut euch das mal an. Sehr viel Farbe in dem Lip Gloss. Der Plumping Effekt ist auch da. Ich hätte zu dem Lip Gloss vielleicht einen braunen Look geschminkt. Aber wow! Und das ist der fertige Look mit der Essence Bears and Hux. Hux and Teddys. Limited Edition. Der Gloss haut mich gerade tatsächlich am allermeisten um. Weil das ist von der Textur her Fenty Beauty. Ne? Diese Heat Glosser. Und die Menge der Pigmente in diesem Lip Gloss. Definitiv ein Go. Die Lidschattenpalette ist wirklich süß. Und wenn das Farben für euch sind, tut ihr euch damit einen Gefallen, wenn ihr sie euch besorgt. Weil nämlich Limited Edition ist das halt immer so. Schöne Sache. Pinselset ist auch gut. Nagelsticker habe ich jetzt wirklich gar keine Verwendung für und verstehe das mit dem Duft nicht. Aber der Lip Gloss, Freunde. Huh. Ich bin sehr gespannt auf eure Nachrichten. Ich küsse euch und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal hier wiedersehen. Passt auf euch auf.